so willkommen bei for honor mit reaper heute gab es ein neues update 1.09 den link dazu habe ich euch in meinen in meine beschreibung eingepackt könnt ihr euch gerne anschauen ich habe es nicht so richtig alles recherchiert da auf jeden fall gibt es viele sachen für fehlerbehebung und andere updates ihr könnt euch das ganze die ganzen version hinweise durchschauen wir werden heute mal wieder paar kämpfe machen bei den neuen update 1.09 ich hoffe es hat sich was gebessert hier mit den multiplayer modus dass es nicht mehr abstürzt beziehungsweise dass die kämpfe besser ablaufen wie gesagt schaut euch mal den link in meiner beschreibung an da werdet ihr mehr erfahren und bis dahin sage ich mal game on und los geht's geht's Na, das Einloggen dauert immer noch so lange Ah, geht ja Ok Dann legen wir mal los Ich nehme den Shinobi Wie gesagt Ich hoffe es läuft besser diesmal Mit dem ganzen Mit dem ganzen Matchmaking So, erstmal lassen wir mal so Und ab geht's Um, um, um ich hoffe der Matchmaker ist diesmal besser auf jeden Fall habe ich da irgendwas gelesen das hat sich viel verbessert aber wer weiß das schon bei Ubisoft naja ja 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 schön schön das freut mich schon mal ach da ist die Leiter ok oh weg weg Junge ach Menno ich habe da irgendwas gelesen man muss da noch in den Einstellungen irgendwas aktivieren da werde ich mal gleich nachschauen beziehungsweise könnte ich jetzt schon machen Tastenbelegung ne komm ich jetzt nicht drauf also was war das denn jetzt Tobi hm äh lassen wir mal erstmal ich muss dann nochmal nachschauen nachlesen bis dahin spielen wir jetzt erstmal so wie es ist so wie es ist so wie es ist merke ich langsam sieht nicht schlecht aus weg da weg 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 Junge weg bisschen aufbauen ach ja genau irgendwas mit der Steuerung äh für Deckung da soll sich auch was verändert haben die Deckungssteuerung genau genau darauf wollte ich hinaus vorhin jetzt beim einstellen da soll sich was Deckung Deckung äh Deckung oben Deckung links Verteidigung Deckungsdurchbruch da soll sich Deckungsmodus also hier kann ich hier kann ich nichts großartiges jetzt sehen ich muss das nochmal durchlesen auf jeden Fall auf jeden Fall stand da irgendwas dass der Deckungsmodus automatisch man kann halt umschalten äh dass der Deckungsmodus automatisch wieder dass man sorry dass man wieder freigesch eingeschaltet wird sobald der Gegner entweder tot ist oder nicht mehr da ist in der Nähe und so weiter ich muss mir dann aber nochmal anschauen wie das jetzt gemeint ist bis dahin äh ja bis dahin spüren wir jetzt so wie es ist auf jeden Fall gibt es mehrere Verbesserungen laut den laut Ubisoft den Update werden wir mal schauen auf jeden Fall von der Steuerung merke ich schon langsam dass es besser ist als vorher da haben sich anscheinend äh ja nicht anscheinend so wie ich das gesehen habe da haben sich viele beschwert wegen der Steuerung und wegen den Matchmaker und da hat sich auf jeden Fall nach dem ersten Kampf viel verbessert so wie ich das merke wenn wir mal schauen wie es weiter läuft wenn wir mal schauen wie es weiter läuft auf jeden Fall bis jetzt läuft es gut finde ich vom Gefühl her so ja dann äh ich sag mal viel Spaß beim Zuschauen ne und äh wenn ihr Tipps für mich habt oder so dann äh schreibt ruhig in den Kommentaren würde ich mich auf jeden Fall über Feedback freuen viel Spaß beim Zuschauen ne ab gehts die Maps haben sich angeblich auch irgendwie verändert es soll ja auch angeblich neue Maps geben oder so also von der Steuerung auf jeden Fall da merke ich viel Verbesserung äh läuft irgendwie flüssiger viel einfacher zu bedienen ach steh auf man äh es gibt ja noch ein Respawn es gibt ja noch ein Respawn von der Grafik her hat sich auch viel verbessert wie ich das sehe und merke wie ich das sehe und merke und äh es stand ja auch was drin dass es äh irgendwas mit der Grafik äh verbessert wurde aber ich kann euch nichts richtiges dazu sagen weil ich mich nicht damit richtig beschäftigt hab jetzt da müsst ihr selber nachlesen ich mach dazu kein Tutorial vielleicht gibt es schon ein Tutorial dazu also könnt ihr euch gerne bei Youtube anschauen ich werde auch danach Ausschau halten ja schlachtet die ab schlachtet die alte ab die dreckige die dreckige so also irgendwas ich hab da zwar noch äh ich hab da zwar einige Zeit nicht mehr gespielt aber 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 irgendwas merke ich dass es sich verändert hat ah ja toll 2 auf 1 also ich merke schon dass sich da was einiges verändert hat ich weiß Leute ich wiederhole mich ich bin er schlitz ihn auf den Sack so da ist einer tot da ist einer tot da ist sie zu erobern hau dir ab dir Junge da haut er ab dir Kollege und tschüss du Zack und tschüss du wichs verdammter Penna mal was ist los ey KI Kämpfer die können nicht mal ein paar leutchen hier platt machen ey und ich mach hier voll die ups shit war noch ein zweiter ich mach voll die action hier und die können nicht mal ein paar leutchen hier platt machen zu 20 oder 30 leuten ey also das ist ein Witz der KI der sollte ein bisschen strenger sein ey der sollte ja wie soll ich das sagen ich bin kein ich kann mich nicht so ausdrücken wie ein Profi Gamer oder was weiß ich auf jeden Fall sollte die KI mehr draufhauen mehr draufhauen mehr draufhauen ja komm wohin 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 alter brenn ist schon platt ist schon platt ok seht ihr das ey die stehen nur durchrum hier und ich mach hier schon 10 Leute platt ey oder mehr und die können nicht mal 2 platt machen ey shit ja jetzt 2 auf 1 ey mal ach Mist ey gerade wo ich ausweichen will ey da kommt ein zweiter dazu ey und dann ist man platt schmeißt die runter die Wichs schade ne Niederlage naja kommt mal vor ne so ist das leider oder so Mist ey verdammte shitte niederlife naja so ist so ist es leider das nächste Gefecht geht los wie gesagt ein link zu den update steht in meiner beschreibung unten könnt ihr euch gerne anschauen was da so passiert ist ich werde mich auch jetzt die tage damit beschäftigen also heute habe ich erst mal angefangen zu spielen ohne drauf zu schauen paar details kenne ich aber nicht so ganz richtig also muss mich noch damit beschäftigen auf jeden fall ich merke schon mal dass es besser läuft der matchmaker ist besser es gibt bis jetzt auf jeden fall keine server abbrüche und das gameplay an sich die steuerung ja geht leichter vom hand also hat sich auf jeden fall gebessert da hat auf jeden fall also fängt langsam an wieder spaß zu machen ich habe mich zwar öfter bei ubisoft beschwert über die server abbrüche und so weiter und anscheinend auch viele andere sowie es in den kommentaren stand und deswegen hat sich das schon mal ach leute hilf mir auf jeden fall angeblich so wie ich da gelesen habe sollen dazu irgendwelche neuen special moves gekommen sein dazu auf jeden fall neue rüstungen sind dazu gekommen beziehungsweise wurden freigeschaltet und langsam fängt das an wieder spaß zu machen hier ja je geht's ab die posten da ist schon mal einer ach Mist was ist das denn das ausweichen soll sich verbessert haben so wie ich das gelesen habe schön flieg runter du sagst oh yeah shit der hat mich jetzt aber erwischt ey meine frisse ey wie gesagt ausweichen soll sich irgendwie verbessert haben oder so aber das könnt ihr alles in meiner beschreibung unter meinen dings äh unter meinen titel da durch den link nachlesen was war das denn jetzt für ein kack also ich muss mal richtig mir den update durchlesen naja also auf jeden fall bis jetzt äh finde ich es super hat sich einiges verbessert auf jeden fall so wie es aussieht früher da bin ich reingegangen und bin nach paar sekunden platt gegangen direkt und jetzt ist hier ein bisschen ausgewogen ja komm komm ja komm zu papa komm ja toll der sack kommt von hinten so ein penner der mag das der mag das von hinten die sau hehehehe lauft vorher jungs ab in den kampf abschlachten die kriegen nicht mal ein platt oder wat ey ey wat ist los hier kommen direkt zwei auf einen drauf ey das kann doch nicht wahr sein ich muss mich bisschen konzentrieren hier ey ach menno ey moment A ist frei dann lauf ich mal zu A mal du w w ver w w w w w w steh auf weg ach Mist ey ich weiß Leute ich weiß ich baue zu viel Scheiße jetzt hier naja da müsst ihr durch ich muss mich mal wieder mit den Knöpfen hier bekannt machen ich hab das schon längere Zeit nicht mehr gespielt nein ach Mist so'n Kack so'n Scheiß verdammt verdammt mann 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 der wartet natürlich wieder auf mich hier und hier 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 Ach, Mist. Weg! Nee, 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 nee. Ja! Shit! Nee, 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 nee. Son, Mist, ey. Respawn-Einbruch! Und da fliegt schon einer. Na, was los hier? Doch noch eine kleine Macken, kleine Bugs. Kleine Bugs sind noch da, so wie es aussieht. Was haben wir da gekriegt? Okay, 2,4. Wieso? Ach, minus 2,4. Okay. Ja, verstehe. Ne, das brauchen wir erstmal nicht. Geht's jetzt weiter. Ich bin bereit. Ab zum nächsten Gefecht. Und wieder mit den Shinobi. Also bis jetzt gefällt er mir gut. Der Charakter Shinobi. Ich habe ja bis jetzt mit einem Wikinger gezockt. Den habe ich auf Heldenstufe 1 gebracht. Ja genau, mit dem, der zu meiner rechten Seite ist. Und, äh, ja, mit dem war eigentlich auch okay. Aber der ist ein bisschen schwerfällig. Nur mit der Axt. Äh, mit dem Schwert oder wie mit dem Shinobi finde ich ein bisschen besser. Also, aber ich muss mich sowieso noch einspielen. Allgemein. Das Spiel spiele ich nicht so oft. Deswegen muss ich mich dann noch einspielen. So, ab geht's. So, ab geht's. Ja, los, alter, bewegt dich doch mal. Ach, wat ist dat denn, ey. Entweder spinnt die Maus oder... Die Steuerung ist immer noch. Beschissen. So, schön, schön. Jetzt... ...mach ich hier ein bisschen mal... ...sauber. Entweder... ...wie schon erwähnt, ey. Die KIs, ey, ich weiß nicht. Sind die so lahm oder tun die nur so? Oder was weiß ich, ey. Weil... Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass... ...dass... ...dass man dazu Hilfe kommen muss, ...dass die KIs da... ...mal ein bisschen aufräumen. Ja, bewegt dich. Ach, Mist, ey. Ja, super. Dankeschön. Verdammt, ich noch mal, ey. Also, die KIs hier, die sind voll... ...naja, durch. Die können fast nix. Die muss man nimmer helfen. Weg, 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 weg. Mach doch ab. Was ist los mit dir? Ey, was ist los mit der Steuerung? Verdammt. Nee, heftig, heftig, heftig. Heftig. Also, jetzt... ...merk ich was anderes. Ach, du Scheiße, was war das denn? Heftig. Hammerhart. Hat er mich draufgespießt auf die... ...wand, ey, ist doch Hammer, ey. Das habe ich noch bis jetzt nie erlebt, ey. Auf jeden Fall, so wie ich das sehe, hat sich viel... ...viel getan bei der Grafik. Hat sich viel verbessert alles. Finde ich. Naja. Sieht geiler aus, auf jeden Fall. Mit der Steuerung... ...ja, da muss ich mich sowieso ein bisschen noch einüben. Aber laut... ...den Update... ...soll sich da was... ...soll sich da auch was getan haben. Bei der Steuerung. Werde ich auf jeden Fall mir... ...alles durchlesen. Ich... ...war nur ein bisschen ungeduldig und... ...wollte unbedingt zocken. Das neue Update. Was... ...is los? Ach, Menno, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Heftig. Heftig. Also... Ich finde, diesmal geht es... ...heftiger ab als vorher. Irgendwie. Ja, klar. Ja, sicher. Ja, direkt zwei auf mich. Ja... Boah, was ist los? Krasse Sache, Alter. Was? Heftig. Geil. Naja. Also, mir macht es Spaß... ...bis jetzt. Obwohl ich verliere... ...aber mir... ...macht es Spaß. Heftig krass. Ich muss mir das Update durchlesen. Auf jeden Fall. ...demnächst. Und... ...ja... ...dann hoffe ich mal... ...es geht... ...besser ab. Alles. Auf jeden Fall... ...werden die nächsten Tage... ...noch paar Livestreams... ...zu 4Honor geben. Ich hoffe... ...ihr seid dabei. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat... ...lass mir einen Daumen hoch da... ...Feedback in den Kommentaren... ...und die beiden Abo... ...würde ich mich auch freuen. Also, ab zum nächsten Gefecht. Schlachterei. ...ab geht's... ...ab geht's... ...hehehe... ...schön, schön. ...schön, schön, schön. Auf jeden Fall... ...Bewegung ist viel... ...angenehmer... ...und viel besser als vorher. Vorher war das so... ...voll schwerfällig irgendwie. Und jetzt geht das voll... ...flüssig. Weg, du Wichs. So. 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 Was willst du, lan? Alter, was willst du? He, he. Komm her. Komm. Komm zu Papa. Uah. Bam. Bam, bam, alter. Ich muss mich aufbauen. Ich muss mich aufbauen. Oh, oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Bist wieder wach, Kollege. Das habe ich immer noch nicht gecheckt, was das ist. Naja. Ach, die losen hier wieder ab, ey. Was ist los, ey? Kriegt der nicht mal ein paar Manikens hier platt, ey? Oder was? Ich mache die alleine hier platt und die zu zehn Männern, Alter, kriegen nicht mal ein Blatt oder was? Was ist das denn für ein Mist? Ich kämpfe noch hier gegen Kaisei, was ist los? Ich muss mich aufbauen, shit. Ja, toll. Hey, du dreckige... Ich muss mich mal aufbauen, Alter. Ja, toll. Ja, super. Ach, Mann, oh. Aber bis jetzt guter Kampf. Hu, hu, hu. Bäm. Oder? Schlachterei. Dann düse ich mal zu B, äh, zu A. Auf jeden Fall. Äh. Macht das jetzt mehr Spaß. Ach, schon wieder der Fuzzi hier. Ach, Mist. Na, mach doch mal was. Wow. Ja, toll. Ja, super. Ein zweiter Ei. Hu. Heftig, heftig. Jetzt geht's ab hier, ey. Also, da hat sich doch was getan. Das merkt man. Auf jeden Fall merkt man das. Heftig. Heftig. Heftig, da hat sich einiges getan. Da hat Ubisoft mal sich herangemacht an an das Spiel. Komm, du Hura. Dreckiger. Du dreckiger. Sack, du. Ma. Weicht doch aus, Junge. Was ist los? Heftig, 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 heftig. Boah, ey, was ist los mit dem KI? Die kriegen nicht mal hier fünf Männer platt oder was? Dreckiges Stück. Ich krieg hier fünf auf einmal und die kriegen nicht mal einen hier platt oder was? Was ist das denn für ein KI, ey? Ah, ich muss mich aufpowern. Komm. Ja. Steh auf. Schlachterei. Gemützel. Sieg. Suppe. Jetzt geht's ab hier, ey. Jetzt fängt das an Spaß zu machen. Also hat sich auf jeden Fall viel verbessert hier. Das macht jetzt Bock, ey. Leute, Leute, Leute. Jetzt geht's ab hier. Haha. Hammergeil. Auf jeden Fall. Also das merkt man hundertprozentig, dass sich da was verändert hat. Vorhin war das so träge und so lahm und irgendwie gebremst. Und jetzt BÄM! Power! Jetzt geht's ab. Das macht richtig Bock. Also auf jeden Fall fängt das Bock an zu machen. So, wieder natürlich mit dem Shinobi. BÄM! 100 Pro hat sich verbessert. Da hat sich diesmal Ubisoft Mühe gegeben. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf den anderen Plattformen ist. Bei der PS4 zum Beispiel. Aber auf dem PC geht das voll ab jetzt hier. Oh, der Kollege hat hier schon Heldenstufe 62. da diese bestimmten Pro Gamer ey. Ich hab gerade mal Stufe 1 ey. das Einzige was die noch verbessern m- also nicht das Einzige aber äh was die noch verbessern müssen ist äh die KI Spieler. Die KI die ist voll arm. Also wie ihr schon gesehen habt vielleicht ich muss mich da einmischen damit überhaupt irgendwas hier abgeht damit die Idioten hier durchkommen nach shit ich hatte zu wenig power aber auf jeden fall ist verbessert guckt euch das mal an die kriegen nicht mal ein hier platt oder was und ich krieg die ich krieg die zehn leute direkt schon platt und die kriegen nicht nicht mal ein platt oder was ein Ja, was ist los mit euch? Seid ihr am Pennen oder was? Macht ihr mal platt hier, ey. Guckt euch das mal an, ey. Peng, 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 weg sind die. Peng, 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 weg sind die, ey. Was ist los mit dem KI, ey? Ah, toll, ja. Jetzt kommt ein Wichs von hinten, ey. Ist doch klar, ey. Ja, super. Aber der KI, ey, der ist ja voll heftig dabei, ey. Die kriegen nicht mal einen fertig, ey. Und ich mach die alle zu 20 platt direkt. Was ist los, ey? Also KI müssen die verbessern. Naja. Auf jeden Fall, Hauptsache, ich und die Gamer-Kollegen können hier die Leute platt machen. Ansonsten ist alles okay. Läuft. Es läuft. Auf jeden Fall, zum Glück, nie so wie vorher, gibt es keine Server-Unterbrechung. Ja, was ist los, ey? Boah, was? 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 Das kann doch nie sein, ey. Schlachter den Sack ab, ey. Komm, komm. Komm, Junge. Boah, was? Kriss aber auch heftig ab, ey. So. Bin wieder drin. Und dabei. Dann ist er frei. Oh, 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 oh. Heftig, 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 heftig. Ah. Da ist einer an A zu Gange. Boah. ah du dreckiger du dreckiger sagt auf jeden fall wurde irgendwas in den update geschrieben dass der automatisch entdeckung modus den gegner wechselt beziehungsweise wenn kein gegner da ist dann schaltet der deckung modus aus ja was los ja jetzt gegen drei jahr super aber ich finde ich habe mich gut geschlagen oder was man dir mit wenig power mit wenig bauern dann gegen drei habe ich mich gut geschlagen also ich bin das schon heftig heftig jetzt geht es hier richtig action ab so muss es sein so muss es sein bei so einem spiel da muss action abgehen ob man gewinnt oder verliert egal es muss action abgehen und das finde ich schon mal gut auf jeden fall hat sich viel verbessert vorhin war es lama viel lama also ich muss mich noch hier mit der steuerung bisschen beschäftigen aber ansonsten läuft es ansonsten ist super alles hier jetzt bis seit dem update läuft es spitze wow was war das denn heftig das war jetzt heftig das kannte ich noch nicht guckt ihr guckt euch das mal an die säcke stehen hier nur doof rum weg 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 Ich bin ein bisschen ein Messer. geile sache auf jeden fall macht das jetzt viel mehr spaß als vorher falls ihr leute das spiel nicht kennt ja könnt ihr es nicht wissen könnt ihr euch nicht fühlen auf jeden fall macht das viel mehr bock jetzt so der erste fehler seit dem neuen update wow ok gut die haben zwar geschrieben in update man soll darauf achten aber so wie das spiel bis jetzt läuft ist mir der erste fehler egal so was haben wir hier duel checken wir mal ab mit dem neuen update wie das duel ist ja ich hoffe es macht euch bis jetzt spaß zu zuschauen lasst mir einen daumen hoch feedback bei den kommentaren über ein abo würde ich mich auch freuen also viel spaß noch weiter beim zuschauen ich hoffe nicht wieder bisschen 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 ich habe ich habe gewisse und ich habe weg weg da alter nicht zu den sondern weg so p der war gut super ab geht's du kannst mich mal mit deinen steh auf ich hab wenig power shit shit wenig power gehabt der mist hatte glück gab der sack ich habe mich zu viel ausgebaut ich muss das noch mit dem power hier bisschen lernen bisschen auf tun na komm gut gut was war das denn Boah, hat der mich erwischt, der Sack, ey, meine Fresse. Aber, es geht ab, auf jeden Fall, seit dem neuen Update geht es ab, auf jeden Fall Leute. Also, falls ihr das Game zockt, zieht euch das rein, ey, geht auf jeden Fall ab. Rausweichen, Mann. Ach, shit, was für ein Wichs, hat er mich platt gemacht, ey. Haha, trotzdem, guter Kampf, schon heftig, ja, ist schon ein bisschen heftig geworden. Krass, krass. Das gefällt mir, langsam geht es aufwärts. Langsam geht es aufwärts hier, in den Spiel. Rückspiel, Rückspiel, ja, Rückspiel. Machen wir Rückspiel. Falls der Kollege hier zustimmt. Jo, schön, schön. Wunderbar. Freut mich. Ich habe zwar verloren, aber es freut mich, dass der Rückspiel macht. Das haben die auch gerne, das war vorher nicht, dass es Rückspiel gab. Sondern es wurde automatisch gewählt und fertig. So. Stell auf. Ach, nö. Ach, nö. institut. Schüt! Schüt! Ah, eeeeh, alter geht's. Ab ihr. Fantastisch, aber was ihr đang im Herzen. Fantastisch! Das ist super! Super, super, super! Bäm! Oh Mann! Jetzt macht er mich hier... Jetzt versucht er mich hier fertig zu machen. Mist! Verdammt! Trotzdem geil! Haha! Geht's ab? Es geht ab! Ja, put! Put, 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 put! Aufpowern! Schön! Peng! Supi! Und hier! weg 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 scheiße jetzt hat er mich voll in die enge gezwinkt der sack was ist jetzt so wieder ein fehler mit dem server was ist was toll gut aber trotzdem war das jetzt scheiße mit dem server gewonnen aber war trotzdem scheiße jetzt mit dem server ach das war ein ki ok ich dachte das wäre jetzt ein gegner der selber gesteuert hat naja ok gabi yamma uber yamma uber 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 so keiner ist drin ok dann check ich kurz mal ab hier weiter jetzt finde ich glaube dazugekommen ist helm nö arme nö Gravur ist dazu gekommen Eine Schlange Okay Und eine neue Farbe Bei normal Und beim Verteidiger Okay Waffe Nee Richter Kopf Nee, behalten wir noch die alte Linker Kopf Minus 2, 2 Angriff Plus 9, 5 Rache Zuwachs Nee, behalte ich noch den alten Fähigkeit Okay So Wie sieht das aus Wie sieht es aus Hier jetzt Okidoki Ich würd mal sagen Ich würd mal sagen Ich bin kurz Mal AFK Und gleich machen wir noch 1, 2 Runden So So Und gleich watching Ich hier Genau Ich ga mich konsumt Und gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und später folgt ein neuer Livestream dazu Jetzt erstmal Ab zum nächsten Gefecht Herrschaft Schön, schön, schön Das ist schon mal gut Das ist schon mal gut Na, die Spielersuche geht weiter Wie gesagt Für heute Morgen noch Ein, zwei Spiele Später am Tag So In der Abendgegend Machen wir weiter Mit dem Livestream Für For Honor So, auf jeden Fall bis jetzt Mir hat es Spaß gemacht Ich hoffe euch auch Lasst mir einen Daumen hoch da Feedback in den Kommentaren Und über ein Abo würde ich mich auch freuen So, ich hoffe es geht bald jetzt weiter Bei der Suche geht es noch Leider Oh, endlich mal eingeloggt Schön, schön Tempel Garden Ist das eine neue Map Also ich kenne das nicht Ich kenne es nicht vom Aussehen her Wie gesagt Vom Update her soll da Neue Map Oder Maps Dazu gekommen sein Schauen wir mal Ein, zwei Spiele noch Also dieses und noch ein Und dann War es da erstmal Für heute Morgen Mit einem Livestream Ich muss ja auch schließlich Irgendwann mal schlafen Oder? So Schön, schön Oh Ein 75er Heldenstufe Ist dabei Bei den Gegner 75 Also Das ist wahrscheinlich Ein Pro-Gamer Oder was Weiß ich Ein Süchtigen Oder was Naja Ab geht's Aber ihr sollt auch kämpfen Nö Leute Nö Die Map Kenne ich nicht Also Ehrlich Die Map Kenne ich nicht Das ist Ne Neue Map Das ist ne Neue Map Oh ja Zwei auf ein Ney Ja Supi Klasse Dreckiger Dreckiger Dreckige Punkt 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 Ne Piep Piep Das ist auf jeden Fall ne neue Map Ich kenne die nicht Wir haben ja Vorausgesagt Dass es Ne Neue Map Geben soll Erstmal den Kollegen Hier auftauen Scheiße Schon mal Verschwunden So Dreckige Punkt 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 Was für ne dreckige Punkt 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 Und der steht hier Doch rum Bewegt dich mal Ist schon Ober Die Zone Punkt Dez Punkt Punkt Hör! Oh, das fiend! Hallo? Ja. Dräckige Penna. Shit, verdammt Musi, musi Musi, musi Musi, musi Musi, musi Musi, musi 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 Ja, schlacht er ihn ab, den Sack Schön Wunderbar Und tschüss U dreckige Punkt, Punkt, Punkt Hey du Sack Haben die das jetzt auch geändert, ey? Wenn man einen Freund trifft, dass man verletzt wird oder was? Vorhin war das nicht so Vorhin war das nicht so Auf jeden Fall die Ansicht hat sich ein bisschen verändert Und Und die Grafik auf jeden Fall auch Ich muss mich aufbauen Ich muss mich aufbauen Kriegt ihr nicht mal einen hier platt oder was? Was? Ihr säcke Steh auf Ach, was ist los? Keine Rest von mehr Keine Rest von mehr Oh Haben die mich wiederbelebt Gut, 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 gut Schön, schön, schön C erobert Wieder zu B Ab geht Mal kriegen die Ist gar nichts hier auf die Reihe oder was? Ich bin ausgepowert, aber ich krieg die hier voll Shit Ja, da kommen nach Natürlich wieder ein Gamer Von hinten Mist 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 Verloren Leider Leider verloren Knapp Aber verloren Naja Befehle Befehle erledigt Du erreichst Level 20 Schön Gut zu wissen Ne Lege ich nicht an So Als letztes Gefecht für heute Also Für heute morgen Morgens Sprich Ne Und dann Geht's heute Abend Weiter Auf jeden Fall Wie schon erwähnt Hat sich viel getan Und viel verändert Bei For Honor Also Finde ich auf jeden Fall geil Mit Diesem neuen Update Geiler als vorher Ab Ab zum letzten Gefecht Für heute Morgens Ab zum letzten Gefecht Ab zum letzten Gefecht Für heute Morgens ja wird schon langsam müde nächste woche ist wieder ab zur arbeit deswegen muss ich noch die zeit bisschen ausnutzen hier für mich und auch für euch zuschauer so ab geht's einmal zu c weg 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 steh auf du sack so dann die sich mal zu a und helfe wieder den kais die pansen blöd sind hier bisschen aufbauen edu zack haben die irgendwas hier falsch gemacht dass man jetzt seine eigenen leute platt machen kann oder was ich muss mir das update durchlesen kann nicht sein dass man eigene leute hier platt machen kann naja was ist jetzt los nein kein absturz naja leute tut mir leid aber da fange ich jetzt kein neues game an naja muss man nebendurch wie gesagt für heute morgens ist es erstmal erledigt mit dem livestream heute abend sehen wir uns wieder bei for honor und diversen anderen games die ich streamer danke fürs zuschauen und wenn es euch bis jetzt gefallen hat bei mir lasst mir einen daumen hoch da ein feedback in den kommentaren und über ein abo würde ich mich auch freuen also sag ich mal bis später machs gut haut rein machs gut haut rein machs gut haut rein machs gut sch machs gut sch sch sch